hallo und es gibt wieder was neues aus der multiplayer shooter ecke nämlich xdefined ja wie ihr schon seht gehen wir jetzt einmal die settings durch wie auch in der beta die besten fps bekommt und auch solche shots zu landen wie hier angekommen im hauptmenü gehen wir dazu auf einstellungen und wir sehen schon unter gameplay und benutzeroberfläche das blickfeld setzen wir auf die maximale fov mit wir auch jeden gegner am rand sehen das blickfeld beim ziehen bleibt auf konsistent dadurch verändert sich die sicht nicht zu sehr und man wird nicht eingeschränkt viel verhalten ist eine persönliche präferenz ich bevorzuge meistens das halten den übergang sofort nachkampf in der zielansicht und nachlade unterbrechung beim zielen setzen wir auf nein kommen wir auch schon zum duck und sprint verhalten ducken ein aus präferenz sprint verhalten würde ich tippen aber auch das automatische sprinten anlassen denn es ist ein sehr sehr schneller shooter und das automatische sprinten nachladen hilft euch immer einfach den w key gedrückt halten steuerung und lehrtaste sind euer bester freund um zu sliden und zu springen natürlich wollen wir das nachladen dabei nicht unterbrechen und das rutsch verhalten eben dadurch auch auf tippen stellen damit wir dann mit der rutschtaste und der spacebar oder eurer springtaste perfekt schnell sliden und hüpfen könnt automatische nachladen habe ich auf an ich bin das einfach gewohnt dass dann automatisch der reload passiert der automatische waffenwechsel aus automatisch greifen der vorsprung ein ist aber auch eine präferenz kann natürlich dann manchmal zu komischen ereignissen führen wo man irgendwo darüber klettert obwohl man das gar nicht will das laufverhalten würde ich nicht auf ja setzen das fühlt sich einfach ein bisschen komisch ingame an die hartgrenzen aber auch die einheiten für entfernung fps ping die ganzen performance sachen sind eine persönliche präferenz dadurch bei mir ein video overlay läuft sind die fps dort angezeigt im ping habe ich auch oben links chancezahlen sind sehr gut damit seht ihr ingame schon was macht die waffe für ein damage bei körpertreffern was macht sie bei kopftreffern so habt ihr ingame schon einen vergleich zwischen fraffen die ihr gerade erst freigeschaltet habt oder euren bisherigen könnt ihr natürlich aber auch bei den waffen selber in den waffendetails unten ansehen dazu gibt es aber wahrscheinlich noch ein anderes video so den gesundheitsbalken würde ich natürlich auf anzeigen so sieht man wie low ist der gegner schon weil meistens schießt man ja nicht nur selber auf ihn maus und tastatur einstellungen und die gamepad einstellungen die überspringen wir jetzt kurz wir kommen aber später noch zu den einstellungen wenn ihr mit maus und tastatur spielt kommen wir aber jetzt zu ton und sprach ich habe die dialoge und die musik lautstärke auf jeden fall schon wegen der lobby herunter gerät die soundeffekte auf 100 prozent müsst ihr wissen sprach chat wenn ihr euch unterhaltet gern aber push to talk meine freunde es gibt nichts schlimmeres als wie jemand open mic und noch hinterrum geräuschen im game zum glück vorausgewählt normal immer push to talk aber das wollt ihr nicht haben so und so kommen wir schon zu den einstellungen warum ihr hier seid ich habe mich wie immer für vollbild entschieden monitor am besten auf eure auflösung bei mir ist das nur full hd die aktualisierungsrate setzt ihr am besten auf die höchste die ihr habt bei mir sind das 165 herz den bildschirm den ihr verwenden wollt und die verringerte latenz würde ich aktivieren für nvidia user natürlich noch am besten die niedrige latenz aktivieren oder sogar aktiviert mit bus das müsst ihr wissen ich selber bevorzuge lieber aktiviert die helligkeit wenn ihr euch das bild zu hell oder zu dunkel ist einfach hochdrehen was ihr aber wahrscheinlich eher bei eurem monitor ausschlag gibt ist der kontrast in diesem spiel ist nämlich ziemlich dunkel wie man hier sieht wenn ihr einfach wenn ihr das gefühl habt gegner nicht gut zu sehen im dunkeln oder es ist euch alles zu matt spielt ein bisschen am kontrast herum mein monitor hat sowieso schon sehr füllige farben und dadurch habe ich den kontrast sehr weit nach runter gedreht so den direct x 12 renderer könnt ihr aktivieren müsst ihr aber nicht gibt meistens ein bisschen fps falls ihr aber probleme oder irgendwelche performance einbrüche habt dann lieber wieder aus bei der grafikqualität spielen wir auf angepasst den v sinkt natürlich aus grenze für bildfrequenz auch eine persönliche vorliebe aus oder begrenzen wenn begrenzt lieber mehr als wie die bildwiederholungsfrequenz von eurem bildschirm damit ihr nicht unter die herzzahl brechen können die schattenqualität auf niedrig scheinwerf schatten auf niedrig auflösung der scheinwerfer schatten kontaktschatten alles niedrig oder aus ihr wollt am meisten fps auflösungsskala passt euer rendering noch mal an die szene an ihr könnt ihr wenn ihr einen guten pc hat locker bei den 100 prozent bleiben und habt nicht wirklich irgendwelche verluste wenn ihr hier aber doch noch mehr fps wollt geht gerne runter auf die 75 oder 50 prozent aber eigentlich würde ich unter die 75 nicht gehen schärfen ist auch eher ein persönliches gefühl ich mag es lieber wenn das bild wirklich scharf ist und eher schon ein bisschen crispy und nicht so verwaschen artikel detail auf mittel der volumetrische nebel auf niedrig spiegelungsqualität auf mittel örtliche spiegelung auf niedrig pflanzenqualität niedrig so die streuung unter der oberfläche auf aus parallax einstellung ja umgebungsverdeckung niedrig objekte teil und zusätzliche streaming distanz ist mir nicht wirklich aufgefallen dass es hier irgendwelche fps einbußen gibt dadurch hier gerne mit den 100 oder 99 das setze ich manchmal zurück und auch der streaming distanz von 10 gehen falls ihr dort auch noch irgendwie mehr fps herausholen wollt hier noch ein bisschen zu variieren zwischen 50 und 100 und auch bei der distanz zwischen 8 und 10 die blenden flecke an sieht einfach schöner aus und kostet nicht zu viel fps die wasserqualität auf niedrig chromatische aberration auf an die hochauflößenden himmelstexturen naja wenn ihr gerne in den himmel seht gerne auf an oder und die gelände qualität auf niedrig damit haben wir das ganze schon wahrscheinlich beim wechsel von direct x 11 auf direct x 12 und auch anderen einstellungen das spiel wahrscheinlich noch mal neu starten wartet aber gerne bis ihr alle anderen einstellungen auch gemacht habt so nun aber zum aus und tastatur ich spiele nicht mit gamepad dadurch kann ich euch dazu keinen gedauern settings geben aber wer gerne bei kimmel und korn auch immer noch genau die gleiche sense hat wie bei wie aus der hüfte der setzt natürlich die empfindlichkeit immer auf mal eins und mal eins bei beidem die mausbeschleunigung auf aus y-achse invertieren wir hoffentlich nicht und verlassen mit rechter maustaste ist nur für das menü natürlich dann die tasten belegung wie man das selber sich wünscht wst mit umschalt sprinten waffe abfeuern zielen alles etwas was man sich selber einstellen kann und was man auch präferiert ich habe hier zum beispiel ducken und rutschen auf steuerung geändert dadurch dass ich ja mit shift sprinte aber dies nur antippen muss habe ich immer noch den kleinen finger für steuerung zur verfügung den nachkampf habe ich noch auf meine maus gebeinert falls man ihn doch mal in der hektik des gefechts braucht und die fähigkeit aktivieren ist noch auf mittlerer maustaste ist standardmäßig so und ich habe push doch talk noch auf meine maus gelegt falls man doch mal in ein hitziges argument kommt sollte man die taste doch immer bereit haben und wie ihr auch schon in der beta rockt mit eurer eigenen maus empfindlichkeit wie ihr es einfach schon gewohnt seid zeige ich euch noch einen kleinen trick auf einer anderen website so wie ihr seht befinden wir uns auf maussensivity.com ich packe euch den link natürlich unten in die beschreibung verwende ich sehr sehr oft das tool einfach nur mal um einen basiswert für einen maus settings oder ein sensivity setting in einem spiel zu wählen es ist eigentlich ganz einfach ihr startet oben die minimalen eingaben am besten ihr startet mit einem spiel das ihr sonst auch spielt ich nehme jetzt zum beispiel valorant habt wahrscheinlich dort schon eure empfindlichkeit parat setzt die dpi von eurem maus hier ein ich bin ein wirklicher low sense spieler und wählt hier das gibt es auch schon xdefined als neues spiel aus und die dpi übernehmen sich und ihr bekommt hier unten schon das ergebnis in eurem valorant wird das hipfire von diesem aim dazu übersetzt dass ihr mit 36 oder in meinem fall 36 in xdefined spielt ich habe es getestet es funktioniert super man fühlt sich schon zu hause man kann es noch ein bisschen dann anpassen weil man merkt oh in dem game ich muss einfach ein bisschen schneller sein ein bisschen langsamer aber so hat man einfach schon einen sehr guten basiswert mit dem man arbeiten kann mit dem man sicher schon alle frags in der beta macht auch noch schnell auch zum sprachen barrierefreien menü natürlich ist das alles euch überlassen wie ihr hier die sprache oder die dialogsprache oder den untertitel setzt es gibt nicht wirklich vor oder nachteile im farbenblink modus habe ich noch nicht ausprobiert kann dann aber wahrscheinlich wieder helfen andere sachen besser zu erkennen könnt ihr gerne ein bisschen umspielen schreibt mir gerne in die kommentare falls ihr dort einen guten modus findet mit dem ihr sagt da sehe ich die gegner noch dreimal besser oder auch für andere änderungen oder eure erfahrungen schreibt mir gerne in die kommentare was könnte man noch verbessern ganz oben werde ich auch noch einen kommentar von mir anpinnen falls sich was ändert jetzt in der laufe der beta so das war's auch schon mit xdefined vielen dank fürs zuschauen ich wäre froh wenn du noch ein like und oder ein abo da lässt jedes abo zählt ich hoffe die settings helfen dir weiter und bringen dir viele frags in der beta und auch in der zukunft vielleicht sehen auch wir uns in der beta der bessere möge gewinnen und es würde ich mich freuen wenn du auf jeden fall noch eines der weiteren videos ansiehst hier einfach in der xdefined playlist oder hier noch weitere tipps und tricks zum spiel vielleicht auch mal meta waffen bild falls ihr euch etwas wünscht schreibt doch das gerne in die kommentare vielleicht sehen wir uns schon wieder bald oder auch in game euer küni